Guck mal, Geck, was der Postonkel gerade gebracht hat. Boah, stimm mal ab! Was ist da denn drin? Schätzt du noch dein neues Album, Esches of Doom? Nein! Doch! Boah! Mach auf! Hast du ein Messer? Ah, guck mal jetzt doch mal rein, ne? Boah, geil, O-Mat! Tadaa! Da ist sie! Die neue Esches of Doom! Wir halten sie in der Hand! Super!